Ich grüße euch, meine lieben Parkitekt-Fans und Freunde der gepflegten Minenarbeit. Es soll heute endlich weitergehen in unserem großen Sandbox-Projekt Hardenstein. Hier, wie gesagt, in Parkitekt. Wir werden heute das neue Projekt besprechen. Ihr seht, es ist noch richtig viel noch was los in unserem Park. Das werden wir jetzt auch gleich noch ändern. Ja, da würde ich mal vorschlagen. Bleibt dran und habt viel Spaß. Ja, das Einsteigen, die Fahrt beginnt. Und meine lieben Freunde, es geht also weiter. Vielen Dank auch für euer Verständnis, dass es jetzt noch ein bisschen länger gedauert hat. Ich brauchte eine größere Pause und vor allem, ja, es ging auch nicht anders. Aber ihr wisst Bescheid. Und wenn ihr das erste Mal hier seid, ist die Playlist für euch natürlich da. Und es ist dann auch relativ wurscht für euch, dass wir hier gerade eine Pause eingelegt hatten mit diesem Projekt. Nun habe ich aber neue Ideen gesammelt. Ich habe einen neuen Schwung. Und deswegen werden wir auch hier gleich loslegen mit dem neuen Projekt. Auf das komme ich gleich natürlich zu sprechen. Vorher haben wir aber was ganz Wichtiges zu tun. Wie ihr seht, ist der Park noch offen. Hat Corona also ganz gut überstanden. Ist noch sehr gut gefüllt. Und das werden wir jetzt gleich ändern. Denn wie ihr wisst, spiele ich immer so, dass ich mir 100.000 Ocken zur Verfügung stelle zum Bau eines neuen Themenbereichs. Und diese 100.000, wenn sie ausgegeben sind, müssen wieder erwirtschaftet werden. Das ist mir jetzt wieder gelungen, indem ich den Park halt ein bisschen bespielt habe. Und ja, er macht immer einen guten Profit, wie ihr seht. 2.500, manchmal auch ein bisschen mehr. Und wir haben es jetzt sogar etwas mehr auf dem Konto, als wir eigentlich brauchen. 130.000. Ja gut, vielleicht kommen wir dann diesmal auch ohne Kredite aus. Das ist aber sowieso ganz gut, denn ich werde den Park jetzt schließen. Wir werden dabei aber keine Mitarbeiter entlassen. Wir werden also weiter laufende Kosten einfahren. Zum Bauen dann natürlich in den Pausenmodus schalten, das ist klar. Aber bis dahin haben wir erstmal was zu tun. Ich gehe mal hier rein und mache einfach den Park einfach mal zu hier. Das ist nämlich gut gelöst, denn alle Besucher, die jetzt kein konkretes Ziel haben, verlassen jetzt den Park. Die gehen schon mal nach Hause. Während alle anderen, die jetzt gerade zum Beispiel noch in der Warteschlange stehen, da ruhig nochmal eine Runde fahren können. Dann gehen wir gleich nochmal hier einmal durch und schauen mal, welche Attraktionen wir manuell ruhig schon schließen können. Zum Beispiel hier so etwas Lahmes für so eine komische Fahrt. Was heißt komisch? Es ist ja sehr schön. Hier durch Fantastasien. Ja, ihr kennt das Projekt, das ist klar. Schaut euch ruhig nochmal die Folgen an, die letzten, um wieder reinzukommen. Ich schätze mal, ich warte kurz ein bisschen ab, um zu sehen, ja doch, das sieht gut aus. Sieht da jetzt schon ganz deutlich, wie sich die Leute hier Richtung Ausgang bewegen. Hier sind wir auch schon in der richtigen Richtung, denn um dieses Gelände geht es. Es ist schwierig. Es ist sehr wenig Platz hier an Land. Wir haben natürlich den Fluss, das ist die Ruhr, um genau zu sein, auch noch zur Verfügung. Das Erste, was ich hier, glaube ich, auch mal machen werde, ist folgendes. Wir werden uns mal noch etwas Land dazu kaufen. Sieht ihr, wir haben hier noch die Möglichkeit, diesen Streifen Land zuzukaufen. Das sollten wir unbedingt machen, denn hier ist es besonders eng. Und gerade hier möchte ich auch schon gleich eine kleine Attraktion bauen, eine kleine, neue, süße, ja, eine Wasserfahrt. Was sonst, ne? Ist ein Fluss und da können wir vielleicht mal einfach mal, ja, mit dem Boot rüberfahren. Ich hatte nämlich folgende Idee, das war hier vielleicht einen kleinen Hafen anlegen und dann fährt hier so eine Flussfahrt rüber ans andere Ufer. Ja, also auf der Seite sehen wir jetzt hier die Ruine Hardenstein. Die lässt sich im Moment nur mit dem Zug erreichen und ist auch nur so ein nebensächlicher Ort. Da ist gar kaum was los. Hier haben wir einen Fußgängerüberweg, damit die Leute wieder, die nicht mit dem Zug zurückfahren wollen, damit die auch irgendwie hier wieder rauskommen, zurück zum Park. Und hier oben die Ecke, ja, vielleicht können wir die noch verwenden, aber ich habe nicht vor, auf dieser Seite jetzt unheimlich was zu bauen. Das sollte eher so natürlich bleiben. Oh ja, jetzt strömt es doch richtig schön hier zu dem Ausgang. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Oh ja, doch, jetzt geht es richtig zur Sache. Ich glaube, das bringt jetzt auch nicht mehr viel. Ja, ein paar Sachen können wir ruhig mal schließen jetzt. Da ist ja wirklich niemand mehr drauf. Also zugemacht. Die Achterbahn, lass mal ruhig noch fahren. Hier ist noch die Autofahrt. Expedition Gobi in Fantastasien. Auch dieser Achterbahnzug ist schon leer. Kann das auch zugemacht werden. Ja, ich mache das so ein bisschen umständlich, sieht das jetzt so aus. Aber ich finde das halt schöner. Ich kann ja auch gleich hier, gehen wir mal auf diesen Schalter und dann machen wir alle auf einmal zu. Und die Shops vor allem. Ja, die können wir vielleicht noch ein bisschen auflassen, damit die Leute noch Toiletten besuchen können und so weiter. Ja, aber so wie es aussieht, ist hier wirklich, da ist noch die letzte Fahrt besetzt. Auch die Boote sind schon alle leer hier unten. Die Geisterbahn ist leer. Ja, komm, dann machen wir ruhig mal alles zu. Dong! Das ist wieder dieses super Geräusch. Ist immer noch nicht verbessert worden. Wobei ich auch lobend erwähnen muss, dass das Spiel immer noch gewartet wird nach all der langen Zeit. Also einmal im Monat so, kriegt es schon nochmal ein Update. Es ist nicht immer so was Großes. So kleine Wachs werden schon mal entfernt. Aber das mit dem Sound eben noch nicht. Das ist jetzt auch nochmal, jetzt machen wir auch die Shops zu. Komm! Gong! So, sind wir alle wach. Und ich denke mal, wir brauchen jetzt jetzt keine Sorgen machen. Gleich muss ich nochmal einen Durchgang starten und die Trödler manuell zum Eingang bringen. Ja, dass wir hier unsere Ruhe haben. Noch machen wir Gewinn. Ist also kein Drama. Ja, wir haben sowieso genug Geld. So, jetzt lassen wir uns mal über das neue Projekt sprechen. Während ich hier am besten schon mal anfange zu bauen. Und zwar, was habe ich... Oh, jetzt muss ich erstmal hier wieder die ganzen Menüs finden. Ich muss erstmal wieder schauen, wo ich bin. Und zwar hier dieser Boottransport, diese Transportbahn. Die bauen wir jetzt hier mal in die Ecke rein. Und zwar am besten auch mit so vier. Das reicht an Länge. So, und jetzt haben wir folgendes Problem. Das habe ich letztens festgestellt, als ich hier mal wieder nach langer Zeit hier reingeschaut habe. Und zwar haben wir das Problem mit der Wasserhöhe. Ihr seht ja hier, da habe ich einen ganz anderen Wasserstand. Die ist ja ganz hoch am Ufer. Dann gibt es hier so eine Schleuse. Dann haben wir etwas niedrigeren Wasserstand. So, der ist aber jetzt auf so einer komischen Dreiviertelhöhe. Gucken wir mal kurz hier in das Wasser rein. So, da seht ihr das, was ich meine. Hier, so. 4,75. Und das geht mit den Stationen nicht. Die müssen immer auf so einer runden Sache stehen. Hier irgendwie 4,50 oder sowas. Aber hier so 75er Werte, wie hier auf der Seite. Das geht leider nicht. Also, musste ich hier auch nochmal irgendwas einbauen. Und da bin ich gerade mal dran, das so ein bisschen zu ändern. Dass wir mal eben schauen, wie das hier nochmal ging. So, dass ich nicht alles kaputt mache. Ja, so. Ach ja, so ist doch ganz gut. Gehen wir mal hier wirklich im Stück runter. Den auch noch weg. So, ein paar Steinchen können da ruhig liegen bleiben. Und da werden wir jetzt mal so Wasserfälle einbauen. Damit das ganz nett aussieht. War jetzt nicht so geplant. Manchmal ist das aber so. Das ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Das ist halt ein Park oder ein Projekt, was jetzt schon über viele Monate, wenn nicht sogar Jahre läuft. Und wann habe ich damit angefangen? Das ist schon fast zwei Jahre her oder so. Oder länger. Das weiß ich auch gar nicht mehr. So. Das ist okay. Und da machen wir jetzt hier gleich mal vielleicht das hier noch. Die Ecke auch noch. So ein Zipfelchen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Gerade hier so am Ufer. Machen wir da gleich noch mal ein paar Steine vor. Es sind immer noch, ja, 23 Leute haben wir jetzt noch im Park. Und jetzt seht ihr auch, was ich meine. Jetzt machen wir gerade hier einen Verlust von 4.000 im Monat. Das heißt, da sollten wir jetzt auch mal allmählich doch schauen, dass wir die letzten Trödler rausschmeißen. Ich glaube, hier haben wir einen. Ja, nee, das ist ein Security. So, hier habe ich jetzt so einen Trödler. Der kommt einfach mal ein bisschen nach vorne. Und da haben wir noch einen Nachzügler. Und am besten ist, wir schauen hier nochmal in die Liste. Da haben wir hier nochmal die Gästeliste. Und die können wir jetzt auch einzeln mal eben anschauen. Da ist immer noch einer, der ein Ziel ansteuert. Deswegen nehmen wir den direkt mal raus. Oh, jetzt geht es aber auch gerade sehr schnell, dass wir die alle loswerden. Muss auch sein. So, und dann kommen wir die alle jetzt mal eben hier so. Damit wir hier nicht so viel Zeit vertrödeln. So, du auch nochmal, wirst du bitte rausgehen. So, das waren sie jetzt, glaube ich. Park ist leer. Null Leute. Also jetzt schnell auf Pause geschaltet, damit wir jetzt unser Geld nicht verbraten. Seht ihr? Das geht nämlich schneller, als man so denkt. Dann lassen wir mal die Bootsfahrt hier schön in Ufernähe. Ja, ruhig mit so einer Zweierschiene. Das ist okay. Los tuckern, dass wir eine schöne Strecke finden. Komme ich da auch über dieses Landstück? Nein, das muss ich natürlich wieder abreißen. Das war auch nur so ein Versuch von mir. Und zwar geht das ja schnell. Future City, Kinders. Future City soll es heißen. Was Besseres oder Originelleres ist mir nicht eingefallen. Es soll so eine Art Steampunk, futuristisches Stadtgedöhne werden. Irgendwie so ein Gelände. Und ich hoffe mal, wir haben da wirklich ganz schöne Bauteile. Müssen wir uns nochmal so ein paar Designstudien anfertigen, wie wir am besten irgendwas bauen. Und ein paar Konzepte für Achterbahn überlegen oder überhaupt für die ganzen Attraktionen. Aber wie ich mich kenne, wird das schon irgendwie klappen. Werden wir da schon die richtigen Ideen bekommen? Bin ich bald da? Nein. Ich habe Hunger. Ich muss pipi. So, jetzt wollen wir hier nochmal hier hinten rum und dann hier auf der Seite vielleicht sogar hier. Mal gucken, wie das passt. Das muss ja auch vier lang werden. Gehen wir nochmal hier so ein bisschen zickzack. Ist ja auch schön, wenn da hinterher die Wasserfälle sind. Da kann man direkt schön nah dran vorbeifahren. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Und jetzt machen wir die Kurve noch etwas größer. Und dann sind wir im Grunde, müsste es jetzt auch gleich gehen. Das Ufer werde ich sowieso noch befestigen. Drei, vier. So, seht ihr, das Ufer mal schnell noch ein bisschen erweitert. Schönheitsarbeiten machen wir dann im Laufe der Zeit immer mal wieder. Und dann haben wir auch eine schöne Verbindung. Jetzt müssen wir natürlich noch zurückfahren. Das ist klar. So, direkt mal wieder auf See so ein bisschen hinaus. Und dann könnt ihr so relativ parallel fahren. Das ist aber ein bisschen langweilig. Also baue ich hier mal noch so eine kleine S-Kurve ein. Sowas genau. Genau. Ja, das muss ja schon schön werden. Was stelle ich mir sonst noch vor? Ja, ich sage mal jetzt mal so ganz ambitioniert. Drei aufregende Attraktionen sollten hier mindestens, wenn nicht sogar vier. Also richtig vollgeklatscht muss das sein. Auch so zwei harmlose Attraktionen. Wir haben zum Beispiel noch nicht mal hier so ein pisseliges Pferdekarussell, so ein Dampfkarussell. Was brauchen wir unbedingt noch? Das ist ja wirklich traditionell und gehört in so einen Park, der ja auch irgendwie traditionell ist. Allerdings, ja, auch zwei Achterbahnen könnte ich mir vorstellen. Eine kleine und eine ganz große. So einen schönen Hypercoaster vielleicht, der hier sogar noch rüberfährt so ein bisschen. Ja, das wird wirklich, ich kann es nicht versprechen. Sagen wir mal so. Ihr seht jetzt selber, die räumlichen Verhältnisse hier auf diesem Gelände sind schon sehr begrenzt. Aber wir holen das Beste raus. So, die Strecke eiert jetzt so viel hier rum, dass den Leuten wahrscheinlich wirklich gnadenlos schlecht wird. Und ich muss jetzt hier mal eine S-Kurve einbauen, um auf der richtigen Höhe zu sein. So, und jetzt gehen wir hier nochmal rum. Und ich glaube, da fehlt dann aber auch noch eine... Oh, da komme ich genau hin. Ja, doch, passt genau. So, jetzt noch schnell die Station dran. Dann mache ich nichts Großartiges. Einmal hier, einmal da. Erstmal kann man immer noch ändern. Und dann hier das Gleiche auch mal. Gleiches Spiel. So, Mensch, ist das ein Lärm. Gut, das ist erstmal das. So, da können wir jetzt schon mal anfangen, etwas zu malen. Ich finde, das ist immer eine gute Möglichkeit, also ein paar Ideen festzuhalten, indem man einfach mal hier so eine Markierung macht. Ich stelle mir vor, dass wir diesen Platz hier oben so behalten. Und hier praktisch so ein Eingangsgebäude hinkommt, so über die Eck, wo man in diesen Themenbereich reingeht. Einfach so die Größe dieses Platzes nehmen wir jetzt da. Und dann könnten wir hier schon ein bisschen abgehen. Und natürlich die Wege hoch und runter und enge Gassen. Müssen wir gucken, dass wir das nicht zu klobig bauen und zu hoch vor allem. So, dass wir als Spieler halt immer auch noch schön reingucken können und alles noch sehen und auch erkennen können, wenn irgendwo mal schmutzige Wege sind und sowas. Das mache ich ja auch ganz gerne. Dass ich dann so persönlich eingreife, schnappe ich mir den Besen und kehre das mal eben weg. Heben wir hier auch noch mal den Boden an. Können wir auch schon mal machen. Hoppla. Und dann sehe ich hier praktisch schon Möglichkeiten vielleicht, wie machen wir das jetzt am besten mit Beton. Hier könnte zum Beispiel auch schon eine Attraktion stehen, so auf 4x4er Feld. Ja, und auch hier das Gelände um den Flugplatz, wollte ich schon sagen. Nein, den Bahnhof. Das sind Flughafenteile, die ich hier verwendet habe für so ein Terminal. Material finde ich ganz gut. Aber der ganze Bereich kann natürlich auch noch viel besser hier so integriert werden. Mal gucken, was hier so wächst. Euch kann ich immer nur empfehlen, wenn ihr auch solche Spiele zockt, wo man hier so selber was bauen muss. Ja, dann begrenzt mal das Land so ein bisschen. Macht es euch mal etwas komplizierter. Aber dadurch wird das alles wesentlich schöner. Und auch macht mehr und mehr Spaß, wenn man ein bisschen mehr überlegen muss. Nicht einfach so eine platte Fläche hat, wo man dann eckig drauf baut. Sondern hier habe ich auch Gelände drin, richtig. Und dadurch wird das hinterher alles viel schöner. Ein Fluss rein. Das ist immer so meine Bergpredigt. Das erste Gebot, dass man halt das Gelände sich erstmal schön macht, bevor man da was drauf baut. Damit das später alles so schön voll und eng und bunt aussieht, wie hier in Phantastasien. So, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Der Nachbar oben drüber fängt jetzt auch gerade an, irgendwie sein Parkettstaub zu saugen. Was haltet ihr von Future City, von dieser neuen Idee? Schreibt mir eure Ideen und eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Vergesst auch das Like nicht. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr bleibt auch dabei. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein, Freunde. Und Glück auf. Und Glück auf.